Ich bin Enzo Kock, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Kerkrade in den Niederlanden. Ich bin Johanna Kuhlmann, 14 Jahre alt, komme aus Herminkel und gehe in die 9a des St. Josefs Gymnasiums in Bocholt. Also ich freue mich eigentlich auf alles hier an Pferd und Sinfonie, weil ich glaube die Kulisse wird ganz, ganz toll sein. Ich freue mich auf die ganzen Zuschauer, die kommen, ich freue mich auf die Atmosphäre und ja, ich glaube einfach, das wird ein ganz, ganz toller Abend. Ja, ich denke, dass das ein sehr wichtiges und eine neue Welt für mich ist. Ja, das Wichtige für mich ist nur, dass ich mein Publikum behohe. Du klickst auf den Allmáfall. Untertitelung des ZDF, 2020